Ich bin der Selczuk, bin beim Phonius als Techniker tätig und bin dafür da, dass die Maschinen reibungslos funktionieren. Bei den Maschinen schaue ich immer auf die Signalleuchten. Wenn die Signalleuchte orange oder rot leicht, weiß ich, es ist eine Störung da. Kein Problem. Meine Tätigkeiten umfassen Störungsbehebungen und Warten bei der Anlage. Es gibt immer verschiedene Störungen. Bevor man mit der Störung zum Beheben anfängt, muss man sich zuerst ein Bild verschaffen, um was es geht und dann Schritt für Schritt die Störung beheben. Wir haben hochkomplexe Maschinen. Da ist es ganz wichtig, dass man die Arbeit richtig macht. Nicht im Schnellverfahren, dass der Fehler wieder auftritt. Und da ist es ganz wichtig, dass man präzise arbeitet und nachher auch die Arbeit überprüft, ob es wirklich passt. Ich war immer auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Job. Und da bin ich ganz richtig bei Phonius. Ich habe mehr Handwerkliches zum Teil. Und deswegen komme ich auch mit einem Grinser in die Arbeit. Ich habe mich immer erfreut, wenn ich die Störung behoben habe. Und dass die Maschinen dann rennen und die Kollegen dann wieder arbeiten können. meistens die W zijnde sind die Felufe der Störung. Und dann bin ich der Rand eine gewisse Keine und ich rufe zurückgebeime club.